moin leute was geht hier ist wieder geist heute möchte ich euch zeigen wie unendlich viele wins fahren könnt in fortnite ohne dabei wirklich zu spielen und zwar zeige ich euch erstmal hier bei meinem profil meine duo wins weil du wie ihr seht leute 192 wunds hier werden wir mal sehen ob das auch wirklich klappt was ihr dafür machen müsst ihr geht auf spielen geht zum beispiel auf duos oder squads bei arena klappt das nicht macht nicht auffüllen durch das spiel leute und dann sehen wir uns im spiel weiter so leute im spiel ankommen müsst ihr einfach irgendwo landen am besten land irgendwo nicht so viel los ist ich werde jetzt bei solch landen ich lande mal bei retail um diesen blitz durchzuführen braucht die eigentlich nur die köder granaten leute das sind ja diese granaten diesen drei erstex gibt wo dann ort erscheinen so hoffen wir mal dass ich direkt welche finde normalerweise gibt es hier überall und mass ok bei retail kommen welche mit hier fünf gegner sehe ich hier fünf gegner hoffe ich mal dass ich so welche granaten findet bevor ich sterbe mal den alter nur ein haken und greif mich direkt damit an ich habe die granaten ich habe die granaten okay leute ich verschwinde jetzt ich verschwinde und zeige euch den glitch so ein bisschen abstand ihr braucht ein paar mats weil ihr euch hoch bauen müsst so leute wenn ihr dann die köder granaten ab dann baut ihr euch hoch so dass ihr sterbt ihr werft erst paar granaten und dann wenn ihr die geworfen habt dann bringt ihr euch einfach um wie ihr seht leute ich bin solo in duo drin und bin erstmal genockt ihr bleibt jetzt so lange genockt bis die bots verschwinden und wenn sie verschwunden sind dann nicht das spiel verlassen da müsste dann stehen dass du dein teammitglied zuschaust und wenn das dann steht leute dann hat es geklappt ok jetzt mal schauen ob es geklappt hat so leute wie ihr seht steht bei mir nicht zurück zur lobby da unten rechts steht nächstes teammitglied vorheriges teammitglied das spiel denkt jetzt das spiel denkt jetzt das sind meine mates deswegen zählt dann der win am ende für mich jetzt müssen wir einfach nur abwarten bis du jemanden holt und dieser win wird dir dann gut geschrieben ich spiel das ganze mal ein bisschen vor leute so leute wie ihr seht es werden nur noch vier leute zwei duos die sind gerade am feiten das wird jetzt vielleicht auch vorbei sein so leute jetzt haben wir ein epischen win jetzt schauen wir mal ob das auch gezählt hat oder ob das einfach nur äh fake war naja so zurück 192 duo wins hatte ich jetzt müsste rein theoretisch wenn es geklappt hat 193 dort stehen eben auf karriere profil duo 193 wins leute 193 ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja leute lasst doch ein like da ein abo und schreibt in die kommentare leute wie findet ihr mein intro wie findet ihr diese videos was kann ich besser machen was wollt ihr sehen schreibt einfach rein leute bis zum nächsten mal ciao